Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Europawahl 2019 in Deutschland Fragen und Antworten. Eine Mammutwahl für Europa. Fragen und Antworten. Die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament werfen zahlreiche Fragen und bedeutende Herausforderungen auf. Mit Millionen von Wählern, die an die Urnen gehen, ist diese Wahl eine der wichtigsten politischen Veranstaltungen auf dem europäischen Kontinent. Dieser Bericht beleuchtet die wesentlichen Aspekte und beantwortet die dringlichsten Fragen rund um das Wahlereignis. Warum ist die Europawahl so wichtig? Die Europawahl hat immense Bedeutung für die politische Landschaft der Europäischen Union, EU. Über 400 Millionen Bürger in 27 Mitgliedstaaten sind aufgerufen, das Europäische Parlament neu zu wählen. Das Parlament wirkt maßgeblich an der Gesetzgebung der EU mit und hat Einfluss auf wichtige Themen wie Handelspolitik, Klimawandel, Migrationsfragen und Verbraucherschutz. Besonders in einer Zeit, in der Europa von globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel, geopolitischen Spannungen und sozialen Ungleichheiten betroffen ist, ist die Wahl eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft der Union. Das Europäische Parlament besteht aus 705 Abgeordneten, die für fünf Jahre gewählt werden. Die Anzahl der Abgeordneten pro Mitgliedstaat variiert je nach Bevölkerungsgröße. Deutschland hat die größte Delegation mit 96 Abgeordneten, während kleine Länder wie Malta nur sechs Abgeordnete entsenden. Die Abgeordneten werden in der Regel durch Verhältniswahl bestimmt, was bedeutet, dass Sitze im Parlament proportional zu den erhaltenen Stimmen besetzt werden. Der Wahlprozess erstreckt sich über mehrere Tage, um den verschiedenen Zeitzonen und nationalen Wahlgewohnheiten gerecht zu werden. Wie wird das Ergebnis die EU-Politik beeinflussen? Das Ergebnis der Europawahl beeinflusst unmittelbar die politische Zusammensetzung des Europäischen Parlaments und damit die Machtverhältnisse unter den verschiedenen Fraktionen. Große europäische Parteien wie die Europäische Volkspartei, EVP, und die Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten, SND, konkurrieren um die meisten Sitze. Darüber hinaus spielen kleinere Fraktionen und neuere politische Bewegungen eine immer wichtigere Rolle. Die Wahl beeinflusst auch die Besetzung der Führungspositionen innerhalb der EU, wie dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und dem Präsidenten der Europäischen Kommission. Welche sind die Hauptthemen der Wahl? Zu den zentralen Themen der Europawahl gehören der Klimawandel, das Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit, Migration und die digitale Transformation. Der Klimawandel nimmt einen prominenten Platz in den Wahlprogrammen vieler Parteien ein, da die EU bestrebt ist, ihre Klimaziele für 2030 und 2050 zu erreichen. Wirtschaftspolitische Themen konzentrieren sich auf die Stärkung des Binnenmarktes und die Förderung von Innovationen, während soziale Themen vermehrt die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Bekämpfung von Ungleichheiten adressieren. Die Migrationspolitik bleibt ein kontroverses Thema, das sowohl nationale als auch europäische Lösungen erfordert. Was denkt die Bevölkerung Europas? Untersuchungen und Umfragen zeigen ein gemischtes Bild hinsichtlich der europäischen Integration und der Erwartungen an das Europäische Parlament. Während eine Mehrheit der Bürger die EU und ihre Institutionen generell unterstützt, gibt es auch wachsende euroskeptische Bewegungen. Dies zeigt sich in der Fragmentierung des politischen Spektrums und der zunehmenden Popularität von Parteien, die eine kritische Haltung gegenüber der EU einnehmen. Themen wie Transparenz, Bürokratie und demokratische Legitimation sind häufige Kritikpunkte. Quellen Die Informationen für diesen Artikel stammen aus verschiedenen vertrauenswürdigen Quellen, einschließlich offizieller Berichte des Europäischen Parlaments, Umfragen des Eurobarometers und Analysen renommierter europäischer Thinktanks wie dem European Policy Center, EPC und der Bertelsmann Stiftung. Des Weiteren wurden Artikel aus internationalen Medien wie der BBC und der Süddeutschen Zeitung konsultiert. Sonntag 9 Juni 24 Tasch Autor Anita Farke Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es geht um ein bisschen nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Das war so. Untertitelung des ZDF, 2020